das war sehr scheiße der klopft hier unten jetzt rum, ne? ja wird schon irgendwann wieder rauskommen ach ja ich seh ein Reh! das erste Reh! nein doch es rennt weg scheiße daneben ich treffs nicht ich treffs nicht ich bin so schlecht im Ziel, ne? Pfeil und Bogen ist überhaupt nicht mein Ding auf Entfernung der schießt doch nicht mehr so gut der verzieht sich ganz schön nach links ich weiß gar nicht, wo ich da hinschießen soll ähm, Mädels, was macht ihr? ne, was? wir haben ein Reh wir haben ein Reh mach doch nicht zurück doch wo ist das Blöderie? jetzt sag ich nicht, dass es abgetaucht scheiße ich seh es nicht ich hab das doch gekriegt da ist es nein nein es ist so beschissen unter dem Boden kann doch nicht wahr sein ich komm nicht ran ich buddel hier unter unter Wasser buddel ich hier im Clay um ans Reh zu kommen da glaubt mir keiner heilige Scheiße 20 Meter vom Zombie weg ich hab's die wird man sogar bis hier hin schlagen hui Scooter huscht natürlich durch die Gegend und lenkt sie ab todesmutig 明白 nur aber Ich hab hier was für dich oh Scheiße ich hab nichts gehabt ich wollte nicht aufs dach ich habe nicht gesehen dass dort 15 ist drauf lauern scheiße waren die sind aber schon um die ecke gekommen die wollten aber nur kurz um die ecke die leiter hoch ne ich hänge an der wand hier das reicht ja mich ja nicht komplett verfolgt bin zum glück schnell genug weggelaufen die waren so schnell aufgestanden ich habe einfach wirklich ohne scheiß eine sekunde da machen wir mal ein bitte stufe 1 vierer holz nämlich gern halt das sind hier 33 grad ich gehe kaputt es ist halb sechs das ist jetzt ungefähr der peak das ist jetzt echt warm muss man sagen ich muss mal was trinken der erste sommertag des jahres und man hat schon wieder die schnauze voll vom sommer ja zumindest noch von der temperatur also gegen 25 grad habe ich ja nix aber 33 ist doch ersten tag verkürzten unterricht ich habe schon wieder zu viel da hast du eine schusswaffe was hast du eine schusswaffe ich habe nicht so eine gewährmott deswegen komische standbein füßchen bei mir ist mir später nur noch gekürt knüppel und armbrust angesagt hatte ja noch 30 sekunden aber hätte ich jetzt dieses gibt es das selbstgebäude gewehr nicht gehabt dann wäre ich auf dem hof verreckt seid ihr da oben auf dem dach oder wo seid ihr ich bin in der hauswand du kannst hinten aufs dach hoch nö muss ich nicht ja der ist genau in der wand drin irgendwie ich hänge da an der wand hänge ich da jetzt gehe ich gleich runter gucken wir mal er lässt sich hängen da hier ich hänge prima an der wand lang genauso wie das und ein vierer knüppel ach so ja stimmt das wäre geil das wäre ultra 1 da ist ein zombie rechts von dir ja dankeschön ja dankeschön danke den da der ist viral hat der jetzt einen satz in den boden gemacht der zombie ich habe noch ein griff mod wer möchte habe ich nicht nur mit dem bogen dann ja wie heißt es nur mit knüppel dann einstecken weil ich jetzt bogen und knüppel gemacht habe okay gut da brauchst du noch ja interessant bitteschön die sind schon wieder respond ich bin nämlich überladen die sind respond diese verkackte stamina ist weg ich gehe kaputt noch die anderen an hast du recht ich habe sonst gerade nichts gehabt irgendwie dauert das so lange nachgeladen hat mit dem ding das war noch keine fünf minuten wieso sind die so schnell nach sport verstehe ich nicht um mich bei den gebäude wo wir hier sind sind sie nicht nachgespawnt ganz seltsam unbedingt was zu essen und da liegt was glaube ich zu essen was war denn das da ist nix zu essen ich dachte wir irgendwas essen erbsen oder sowas da ist auch nix zu essen wo ist die denn die quest die wir machen müssen ach hier daneben an echt ja hier in dem häuschen 34 meter ach so warte mal ich bin sechs überladen die art of mining das ist gut ja ich bin auch irgendwie überladen was ist jetzt hier besser die sind besser ich habe noch sieben iron aber wer möchte ja das gibt's doch nicht zwei meter hat der für arme einmal feine für dann hier wer will noch ein griff mod ja gut da habe ich schon eine drin deshalb hätte ich eine zu viel zement hat jemand fleisch dabei stecken können Vielen Dank.